Und ich glaube, der Herr möchte zu uns reden und er möchte uns einfach diese Aspekte aufzeigen, dass lass dir an meiner Gnade genügen. Wann sollten wir genug haben? Wann sollten wir genugsam sein? Dann, wenn wir seine Gnade betrachten. Halleluja. Denn in dem Moment zählt nichts anderes. Stimmt's? In diesen Momenten von Gottes Gnade ist nichts anderes wichtig. Siehst du, diesen Sonntagmorgen, wo wir einfach miteinander sein Wort anschauen, sind Grace Moments. Amen? Sind Grace Moments. Und diese Momente von Grace, in dem Moment ist das alles, was wir brauchen. Nichts mehr sonst. Nichts mehr in diesen Momenten haben wir keine anderen Bedürfnisse mehr, als von seiner grossen, unausschöpflichen und wunderbaren Gnade zu hören, zu lernen und uns verändern zu lassen. In dem Moment sollte alles, unsere ganze Welt zum Stillstand kommen. In diesen Momenten, in diesen Grace Moments, sollten wir uns von einer Welle nach der anderen erfassen lassen. Amen? Halleluja. Pastor Joseph Prince hat darüber gepredigt in den letzten 14 Tagen, dass es da gibt es Waves of Grace. Und es gibt diese Wellen, diese Waves of Grace. Wir sollen uns von diesen Wellen erfassen lassen. Halleluja. Und siehst du, wie sieht das aus an, wie sagt man, Shore? Bay Shore. An einem Strand. Wie sieht das aus? Da kommt eine nach der anderen, stimmt's? Eine Welle nach der anderen. Und so ist es mit Gottes Gnade. Er gibt uns eine Welle nach der anderen. Und was für eine wunderbare Offenbarung, wenn wir diese Wellen, wenn wir uns von diesen Wellen, Halleluja, ergreifen lassen. Von diesen Wellen nass machen lassen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das beginnen, miteinander aufzuarbeiten und aufzugreifen. Dieser 2. Korinther, 12. Kapitel. Und wir lesen Vers 9. Da haben wir die letzten paar Mal angefangen. 2. Korinther, 12 und Vers 9. Und er hat zu mir gesagt. Nun, Paulus redet hier davon, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Wenn der Herr zu dir redet, hast du es geschafft. Hey, was Größeres gibt es, als wenn der Allmächtige zu dir redet. Der, der das Universum gemacht hat. Der, der die Planeten, die Sterne und das Sonnensystem erschaffen hat. Wenn derjenige zu dir redet. You made it. Haben wir es geschafft, stimmt's? Wenn wir von Gott hören, preis dem Herrn. Haben wir es geschafft. Und wir wollen immer mehr von Gott hören. Und Paulus wird hier ganz direkt. Er sagt, er hat zu mir gesagt. Wenn er das zu ihm sagt. Und es ist in der Bibel gelandet. Dann gilt es auch für dich und mich. Amen. Sonst, siehst du, wenn das nur für Paulus gelten sollte. Warum würde es uns dann so geben? Wenn es hier gelandet ist, in der Bibel, sollte es auch für uns gelten. Und er hat zu mir gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das sind die Worte des Herrn. Was für grossartige Worte. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir finden nichts Vergleichbares, wie das hier. In der gesamten Heiligen Schrift. Nichts Vergleichbares. Er sagt, lass dir daran genügen. Halleluja. Wann haben wir ein Bewusstsein und ein Gefühl von, wow, wir sind voll. Wir haben genug. In dem Moment brauchen wir nicht mehr. Wenn Gottes Wort der Gnade zu uns spricht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und jetzt, das Wunderbare, was er hier tut, ist, er sagt als nächstes, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum, sagt Paulus, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Mit anderen Worten. Etwas setzt dann ein, wenn wir schwach sind. Das ist er selber. Und das ist seine grosse Gnade. Das setzt in dem Moment von unseren Schwächen und Schwachheiten, setzt das ein. Und was wir hier sehen, in dieser Stelle sehen wir die Schönheit von Gottes Grace. The beauty of grace. Halleluja. Und sie setzt genau in diesen Momenten ein, wenn eben da Schwachheit ist. Denn Gnade ist ja etwas, das wir uns nicht verdienen können. Es ist ja unverdiente Gunst. Etwas, das wir uns nicht erarbeiten können. Sondern es setzt dann ein, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Halleluja. Es setzt dann ein, wenn wir schwach sind. Dann kommt seine Gnade. Was für, siehst du, wann ist sie am wirksamsten? Wann ist sie am mächtigsten? Dann, wenn wir schwach sind, ist sie am mächtigsten. Dann setzt sie ein. Nun aber, unsere Theologie oftmals ist eben die, dass, wenn ich es nicht aufrechterhalten kann und wenn ich meinen Glauben nicht halten kann und ich dann schwach werde, dann gehöre ich zu den Verlierern. Und oftmals ist die Theologie in den Köpfen der Menschen so, dass, wenn ich es nicht mehr auf die Reihe bringe mit meinem Effort, wenn ich es nicht mehr auf die Reihe bringe mit meiner Kraft, wenn ich es nicht mehr auf die Reihe bringe mit meinem Glauben, das Ganze zu halten, um festzuhalten, dann stürze ich ab. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt, sondern sie sagt genau das Gegenteil. Dann, in dieser Schwachheit, wird er am mächtigsten. Somit kann es nicht sein, dass, wenn wir es nicht mehr halten können, wenn wir es nicht mehr auf die Reihe bringen, kann es nicht sein, dass wir einfach abstürzen und uns abwursteln. Sondern dann kommt er. Halleluja. Dann kommt er. Das ist diese Frau mit dem Blutfluss. Als Jesus sich umdrehte und er sagte zu ihr, wer hat mein Gewand berührt? Was du in diesem Moment sahst, war alles andere als eine Glaubensheldin. In diesem Moment heisst es, mit Furcht und Zittern stand sie vor Jesus. Mit Furcht und Zittern. Wer war es? Ich. Ist das ein Bild von einem Glaubenshelden? Ist das ein Bild einer starken, mächtigen Frau? Nein, das ist ein Bild von einer zitternden Frau. Und in diesem Moment kommt die Güte Jesu am stärksten in ihrem Leben zum Ausdruck. Weil sie hatte nur noch eine Hoffnung, sein Gewand zu berühren. Ihm zu berühren. Halleluja. Und so ist es mit diesen Schwächen und Schwachheiten, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind in unserem Leben. Es ist auch zugleich ein Beweis dafür, dass in Momenten der Schwäche, dass Gott gerade in diesem Bereich etwas tut für dich. Halleluja. Wir denken oftmals, Gott sei nicht mehr am Wirken in unseren schwachen Punkten. Aber jedes Mal, wenn wieder eine Schwäche kommt, ist das der beste Beweis. Seine Gnade ist am Wirken. Etwas ist am Tun in diesem Bereich. Halleluja. Etwas ist am Tun. Und siehst du, ich möchte dir aufzeigen, wie das funktioniert. Was passiert in unseren schwachen Momenten? Was passiert? Was passiert ganz konkret in unseren Schwächen und in unseren Schwachheiten? Was passiert in diesen Momenten? Dazu gehen wir zum Römer 8. Römer 8 und Vers 26. Und dort sehen wir ein wunderbares Bild dessen, was passiert in unseren Schwächen. Er sagt hier, wenn es um Gebet geht es hier eigentlich, er sagt, ebenso kommt aber der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Siehst du, das ist dasselbe Wort wie im 2. Korintherbrief. Also das, was wir soeben gelesen haben. Exakt dasselbe Wort. Okay? Es ist exakt dasselbe. Dasselbe griechische Wort. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Nummer 1. Gott kommt dir zu Hilfe, wenn du schwach bist. Und du stürzt nicht ab, weil du es nicht aufrechterhalten kannst, sondern er kommt mir zu Hilfe. Halleluja. Und er tut das mit seinem Geist. Nun, er redet es hier in Bezug zum Gebet. Und auch hier ist es so wahr. Denn wir wissen nicht, was wir, oder wie wir beten sollen, wie sich es gebührt. Hier ablesen wir, dass Gott möchte, dass wir in neuen Sprachen beten. Denn wir wissen wirklich nicht, wie wir eigentlich beten sollten. Oftmals im Verstand. Das ist eine Situation, und sie überfordert unseren Verstand. Wir wissen ein paar Schritte, aber wenn wir länger für eine Sache beten wollen, wie sollten wir beten. Das ist das Allerbeste in neuen Sprachen. Halleluja. In neuen Zungen. Wie sich es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns mit unaussprechlichen Seufzern ein. Das kommt dann eben im Zungengebet, können diese Seufzer kommen. Können diese, kann dieses, im Englischen sagt man groaning, kann dieses Seufzen kommen, und man kann für etwas einstehen, was man im Verstand, oder vom Verstand her, nie könnte. Was man im Verstand her, oder aus dem Verstand, wo wir nie fähig werden. Deswegen ist für den gläubigen Christ die Erfüllung mit dem Heiligen Geist das Wichtigste gleich nach der Rettung. Halleluja. Dass wenn er gerettet ist, sollte er erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und er sollte ihn beginnen, in neuen Sprachen zu beten. Halleluja. Weil Gott uns konstant dadurch zu Hilfe kommt. Aber jetzt schau dir dieses Wort an. Dieses Wort. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, sagt er, wie sich es gebührt. Aber der Geist, und jetzt schau dir das an, der Geist selbst tritt für uns ein. Wow. Jemand tritt ein. Wann? Dann, wenn du schwach bist. Das ist exakt das, was passiert. Deswegen sagt Paulus, ich rühme mich am liebsten meiner Schwächen, weil er genau wusste, dann tritt jemand ein. Dann tritt er mit seiner grossen Gnade, tritt er, tretet er in mein Leben ein. Etwas tretet ein, jemand tretet ein, in diesen schwachen Momenten. Halleluja. Und das bezeichnet Paulus als great grace, als grosse, wunderbare Gnade, als Gnade, an der wir uns genügen lassen sollen. Was besser könnte uns passieren, als wenn jemand für uns eintritt? Hä? Was mehr, was besser könnte passieren, als wenn jemand da eintritt? Es könnte dir nichts Besseres passieren. Also, Schwachheiten und Schwächen sind nicht ein Untergang. Das ist auch nicht das Ende deines Glaubens. Und dann muss man nicht sich hinter die Bücher machen, um 35 Prinzipien zu studieren, wie man wieder stark wird. Sondern lass den eintreten, lass den eintreten, der dir zur Hilfe kommen will. Das ist grace. Halleluja. In den Schwachheiten wird sie stark. Und das macht uns wiederum stark. Das bringt uns aus dieser Schwäche heraus und führt uns zur neuen Stärke. Was für einen wunderbaren Zusammenhang wir hier sehen. Also das ist genau das, was passiert, das was funktioniert. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges. Damit wir das verstehen, müssten wir verstehen, dass der neue Bund in Christus Jesus uns ständig und konstant mit unseren, lass mich so sagen, dass der neue Bund in Christus, der versorgt uns ständig mit etwas, das wir nicht mehr haben oder wir nicht mehr auf die Reihe bringen. Der alte Bund, und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Unterschied sehen, der alte Bund des Gesetzes verlangt ständig etwas. Okay, und ich bleibe jetzt einfach ein paar Minuten auf diesem Punkt, weil das ist jetzt etwas sehr Matschentscheidendes, damit du es im Begriff und im Verständnis sehen kannst, auch um weiterhin Wellen der Gnade empfangen zu können. Okay, das ist etwas ganz Wichtiges. Manchmal gibt es matschentscheidende Momente und das ist einer von diesen matschentscheidenden Momenten, damit du die Bibel verstehst, damit du den Kontext der Schrift verstehst. Der alte Bund des Gesetzes verlangt etwas von den Menschen. Deswegen sehen wir immer wieder diese Formulierung, wenn du, dann wird. So quasi, wenn du das Richtige tust, dann wird das und das passieren, wenn du. Das heisst also, der alte Bund verlangt konstant etwas von uns. Und jetzt, viele gläubige Christen denken, dass das noch genau so ist unter dem neuen Bund. Dass der neue Bund immer noch konstant von uns etwas verlangt. Der neue Bund zum Beispiel verlangt doch von mir, dass ich mindestens eine halbe Stunde am Tag bete. Oder der neue Bund verlangt doch von mir, dass ich mindestens fünf Seiten in der Bibel lese. Oder das allerwichtigste, der neue Bund verlangt doch von mir, dass ich Pastor Erichs Tagesandachten höre. Gut, finden wir das nicht im neuen Bund. Finden wir es nicht geschrieben. Das ist oftmals das Konzept, das die Menschen haben. Ja, aber der neue Bund verlangt doch genauso wie der alte, einfach, es ist etwas abgeschwächter. Einfach, die Konsequenzen sind nicht mehr so radikal. Weil da ist ja noch Jesus. Siehst du, das ist das Konzept von vielen Menschen. Viele Menschen, die das alte und das neue Testament kennen, sehen die Strenge und die Härte im alten Testament. Und jetzt kommen sie in den neuen Bund, nehmen eigentlich das ganze Paket des alten Testaments mit und sagen, ja, aber siehst du, der neue Bund verlangt eben auch noch diese Dinge. Einfach unter dem Neuen und falls ich es nicht schaffe, ist ja noch Jesus da. Und das ist so falsch. Diese Ansicht ist so komplett verkehrt und verdreht. Aber weisst du, von was ich rede? Kannst du mir nachfolgen? Kannst du etwas nachvollziehen, was ich meine? Okay? Dass Menschen wirklich eigentlich den Alten mit ins Neue verpacken und das Geschenkpapier rundherum ist Jesus, aber der Inhalt ist noch derselbe. Wenn du, dann wird dich Jesus segnen. Und falls du nicht hast, dann bittest du ihn einfach um Vergebung und dann drückt Gott den Knopf und du fängst wieder bei Null an am nächsten Tag. Dieses Konzept ist mehr vorhanden, als das du glaubst. Und wir nennen das Vermischung. Die Bibel sagt uns, wir sollen unvermischt sein. Die Bibel sagt uns, wir sollen unvermischt sein und sie geht sogar so weit, dass sie sagt, dass einige Leute sind tapfer im Mischen. Sie sind tapfer im Mischen. Sie sind Barkeeper. Sie kennen jeden Cocktail. Tapfer im Mischen. Wo steht das? Im Jesaja. Wo steht das andere? Im ersten Korinther. Aber wir haben gar nicht die Zeit für all das, weil sonst müsste ich euch noch lange, lange hier halten. Aber das will ich heute nicht, weil heute Abend haben wir einen Gastsprecher. Also, dieses Vermischen ist doch ziemlich intensiv. Und deswegen bleibe ich einen Moment auf diesem Punkt. Das ist so wichtig, dass du das erkennst. Der neue Bund ist so komplett anders als der alte. Der alte Bund des Gesetzes verlangt vom Menschen konstant. Er verlangt konstant, wenn du, dann wird entweder das Gute oder das Schlechte dir passieren. Aber hier ist der neue Bund. Der neue Bund verlangt nicht mehr, sondern er versorgt. Der neue Bund versorgt uns konstant mit Gottes Grace. Halleluja. Der neue Bund ist gekennzeichnet von nicht mehr wenn du, sondern von ich will, spricht der Herr. Er ist gekennzeichnet von konstanter Versorgung im Nicht-Vorhanden-Sein unserer Fähigkeiten. Halleluja. Im Nicht-Vorhanden-Sein unseres Glaubens, im Nicht-Vorhanden-Sein unserer Kühnheit und unserem Mut ist der neue Bund konstant versorgend. Supply, supply, supply. Da gibt es ein englisches Wort, das heisst Supply. Okay? Supply ist Versorgung. Und das ist das, was es wirklich ist. Der neue Bund ist Supply, Supply, Supply. Versorgung, Versorgung, Versorgung. Und ich zeige dir ein paar Bibelstellen aus der Perspektive des neuen Bundes, die das so sehr bestätigen und die uns so sehr segnen, wenn wir das erkannt haben. Schau dir an, zum Beispiel hier eine Stelle, 2. Korinther 6, Vers 16. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Schau dir an, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich will. in dem Moment, wo Gott sagt, ich will das, dann ist das das, was er macht. Das ist das, was er will und das ist das, was er tut. Ich will in ihnen wohnen. Halleluja. Was für eine wunderbare Versorgung. Ich will unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein. Halleluja. Ich will ihr Gott sein. Wow. Was für eine wunderbare Versorgung, wenn Gott sagt, ich will. Ich will das tun. Die nächste Stelle finden wir gleich zwei Verse weiter im Vers 18. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Sohnschaft muss sich nicht verdient werden. Man kann sich das nicht verdienen, Söhne und Töchter zu sein. Gott sagt einfach, ich versorge dich damit, dein Vater zu sein. Ich will das sein. Halleluja. Ich will das sein und das bleibt er auch sogar für die Söhne, die ihm einfach davonlaufen. Deswegen haben wir Lukas 15, das Gleichnis des verlorenen Sohns. Wir könnten sagen, das Gleichnis des davongelaufenen Sohns. Ich will dein Vater sein und wenn er das will, wird sich daran nie mehr retusendern. Halleluja. Er will es und er wird es und er wird es bleiben. Halleluja. Siehst du, eine der wunderbarsten Lehren, die es gibt, wird in dieser Endzeit und in dieser Endphase am meisten unter Beschuss kommen. Und das ist die wunderbare Vatertatsache der ewigen Errettung. In diesen letzten Tagen, in dieser letzten Zeit, wo wir drin sind, Jesus kommt bald. In diesen letzten Tagen wird diese Ansicht, diese wunderbare Vatertatsache, dass du deine Errettung nicht mehr verlieren kannst, wird am stärksten unter Beschuss kommen. Weil der Teufel darin einen guten Job tut, die Menschen zu verwirren und Menschen wirklich auch bis an den Rand des Wahnsinns treibt. Bis an den Rand des Wahnsinns oder sogar darüber hinaus. Leider muss man immer noch sagen, so viele Mental Institutions, wie sagt man auf Deutsch? Mentalhäuser, Psychiatrien, zu viele Christen sind dort. Sie glauben, sie hätten diese Sünde begangen, diese Sünde, diese Todsünde und könnten nicht mehr gerettet werden. Zu viel. Zu viel. Wenn der Vater sagt, ich will dein Vater sein, dann ist das nicht deine Entscheidung, sondern seine. Halleluja. Und du hast ihm nicht rein zu reden, sondern er redet dir rein. Amen. Und er sagt, ich will es und ich bleibe es. Halleluja. Weil er das so will. Und du sollst mein Sohn und meine Tochter sein. Deswegen, wir sollten für die Menschen glauben, die wiederverlorene Sohne, die davongelaufen sind, sollten wir für sie glauben, dass sie zurückkommen. Sie zurückrufen. Come on back. Come on back. Ich weiss, du hattest einen gesetzlichen Bruder, aber jetzt hast du alles Kreisgeschwister. Und es wird alles anders. Come on back. Komm zurück. Halleluja. Da sind mehr Menschen im Himmel als in der Hölle. Amen. Da sind mehr Menschen im Himmel als in der Hölle. Ja, aber Pastor Eich, Jesus sagte doch, der Weg ist schmal. Der Weg ist schmal. Der Grat ist schmal. Das sagte Jesus in Bezug zu den Gesetzeslehrern und Pharisäern und zwar in Bezug zu ihren Wegen. Nicht zum Weg des Evangeliums. Der Weg des Evangeliums ist eine grosse offene Türe für alle Menschen. Früher war das nicht so. Früher war es nur eine offene Türe für die Juden. Heute ist es eine offene Türe für alle Menschen. Deswegen ist der Weg nicht schmal. Es ist eine big open door. Bruder Hagen hat es schon gepredigt. Jesus the open door. Halleluja. Jesus ist die grosse offene Türe für die gesamte Menschheit und nicht nur einfach eine Menschengruppe. Früher war es für eine Menschengruppe und mit Ach und Krach konnte man sich von einer anderen Gruppe zu dieser Gruppe hineinbekehren. Wir nennen es Proselyten und sie konnten mit Ach und Krach kamen sie da hinein. Aber jetzt ist Jesus da und man muss nicht mehr mit Ach und Krach versuchen irgendwo hineinzukommen und sich irgendwo hineinfinden. Jesus sagt einfach kommt her zu mir alle kommen egal ob Hindu egal ob Buddhist egal ob Papierchrist egal was für ein Unterschied zwischen Buddhist und Papierchrist beide haben nicht Jesus Amen Jesus sagte kommt her zu mir alle Heil wir denken immer das ist schlimm das ist schlimm Buddhismus ist schlimm und Hinduismus ist schlimm ohne Jesus das ist die Frage ohne Jesus ist alles dasselbe aber in Christus sind alle vereint Halleluja alle in derselben Familie preis dem Herrn Halleluja ist das nicht gut und das ist das Wunder der Grace siehst du in dem Moment wo du die Türe Jesus nimmst und in ihn hineingehst da fällt dieser Steingötz von seinem Sockel Bing und falls er es nicht tut wirst du ihn entsorgen Amen wird man ihn entsorgen weil in dem Moment wo man in ihn hineingeht ändern sich alle Dinge alles ändert sich auf einen Schlag ändert sich alles und nichts wird mehr dasselbe sein all das was man dachte all die Weisheiten von früher all die menschlichen Ansichten und Weisheiten von früher in dem Moment wo man in Christus kommt beginnt ein neues Leben die Dinge verändern sich diejenigen die in Christus kommen Dinge verändern sich Halleluja wunderbar das ist was Jesus tut also er sagt ich will das sein ich will das sein und das wird er sein eine weitere Stelle und zwar Hebräer 6 Vers 14 eine weitere Stelle wahrlich ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren du kannst es dir nicht aussuchen sondern er will es und wenn er das zu deinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grosspapa gesagt hat namens Abraham warum sollte er seine Meinung plus noch ein paar Urs dazu warum wenn er es zu deinem Vater im Glauben gesagt hat Warum sollte er es den Kindern im Glauben vorenthalten oder ändern, wenn er es zum Papa im Glauben gesagt hat? Welcher ist Abraham? Warum sollte er es mit seinen Kindern anders halten? Warum? Macht keinen Sinn. Also gilt das genauso für dich und mich. Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Er will das tun. Halleluja. Ich will dich reichlich und mächtig. Reichlich und mächtig. Ist das nicht gut? Denk an das. Reichlich und mächtig will er. Er will das tun. Und das wird er tun. Halleluja. Die nächste Stelle. Siehst du, all die ich wills, all die ich wills, Hebräer 8, Vers 10, Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schliessen werde, nach jenen Tagen. Das ist prophetisch gesprochen, auf den neuen Bund hin. Das sind wir hier. Spricht er, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben. Ich will. Siehst du, es sind nicht mehr Steintafeln mit zehn Geboten. Sondern ich will meine Gesetze in sie hineinlegen. In ihren Sinn will ich sie geben. Und in ihre Herzen will ich mein Gesetz schreiben. Halleluja. Und das ist das grosse Gesetz der Liebe. Oh, praise the Lord. Halleluja. Dieses wunderbare, einmalige, neue Gebot, das Jesus gegeben hat. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr immer? In der Church, in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht die Welt. Okay? Siehst du, viele Vorwürfe in der heutigen Zeit gegenüber christlichen Gemeinden finden auf dieser Ebene statt. Oh, die Gemeinde, sie wird immer weltlicher. Hast du auch schon gehört? Oh, diese Gemeinde, diese Gemeinde, die wurde immer, in den letzten Jahren, sie wurde immer weltlicher, 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 weltlicher. Oh, das ist ein weltliches Gebäude. Weltlich, weltlich, weltlich. Es wird weltlicher und weltlicher und weltlicher und weltlicher. Weltlich, weltlich, weltlich. Weltlich. Und manchmal... Lachen doch ein bisschen. Siehst du, manchmal scheint das nur noch das Thema zu sein, um was sich es dreht. Um was sich es dreht. Dieses weltlich sein und weltlich werden. Nun, siehst du, die Gemeinde, sie wird nicht weltlich. Weil Jesus ist für die Gemeinde verantwortlich. Und Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle, übersetzen wir es in das Jahr 2013, die Weltlichkeit, wird sie nicht überwinden. Wird sie nicht überwinden. Aber nur, weil wir nicht mehr so herumlaufen in den 50er Jahren und angezogen sind wie in den 50er Jahren, das ist nicht das, um was es geht. Sondern, nein, wir dürfen nie, siehst du, das so betrachten, die Gemeinde wird weltlicher, weltlicher, die Art Musik wird weltlicher, wie sich die Leute kleiden, wird weltlicher, wie sich die Leute benehmen, wird weltlicher. Dann schauen wir zu fest auf all das, was da ist und auf all das, was rundherum ist. Und wir haben Jesus nicht mehr in der Mitte. Die Geschwister sind in der Gemeinde. Die Geschwister sind in der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht die Welt. Punkt. Die Gemeinde ist nicht die Welt. Und das Kostbarste, das du hast in der Gemeinde, sind deine Geschwister. Weil Jesus hat uns aus dieser Welt herausgerufen. Halleluja. Er hat uns aus dieser Welt herausgenommen. Nun, wir sind immer noch in dieser Welt, aber er hat uns herausgerufen. Er hat uns berufen, um in der Gemeinde zu sein, in der Ekklesia. Denn Ekklesia sind zwei Worte im Griechischen. Ek und Kaleo. Herausgerufene. Ek. Kaleo. Calling. Kennst du das? Calling? Das ist das griechische Kaleo. Calling. Rufen. Herausrufen. Und ek. Eben die herausgerufenen. Herausgerufen. Das ist die Church. Und die Church ist nicht die Welt. Und die Church wird nicht weltlich. Weil Jesus wird am Schluss eine Braut darstellen. Halleluja. Die ohne Flecken und Runzeln ist oder dergleichen. Er ist verantwortlich für diese Gemeinde. Halleluja. Und er ist verantwortlich für den Leib. Und er wird den Leib bewahren. Halleluja. Er wird den Leib bewahren. Aber gewisse Dinge passen sich an. Gewisse Dinge passen an. Pastor Hagen sagte immer das. Das Evangelium bleibt das gleiche. Aber die Verpackung ändert sich von Generation zu Generation. Und genau das ist es. Die Verpackung. Deine Verpackung. Hoffentlich ist sie anders als vor zehn Jahren. Lass mich mal schauen. Je weiter es hinten in die Reihen geht, desto kritischer. Nein, nein. Das ist noch witzig. Hoffentlich ist eine Verpackung anders als vor zehn Jahren. Interessant. Meine Verpackung ist nicht anders. Das ist die Krawatte meines Vaters aus den 60er Jahren. Cool, he? Cool, he? Manchmal kann man die Dinge wieder tragen, stimmt's? Aber nicht alles. Okay, nicht alles. Alles, was Wolle ist, ah-ah. Wolle in der Bibel steht für Gesetz. Leinen in der Bibel steht für Grace. Okay? Amen. Wolle steht für Law, für Gesetz. Leinen steht für Grace. Weil Leinen kühlt. Es ist kein Zufall, dass Jesus mit einer leinenen Schurz die Füsse getrocknet hat der Menschen. Der Jünger. Bei der Fusswaschung. Mit einer leinenen Schurz. Nachdem er ihnen die Füsse gewaschen hat, hat er sie getrocknet mit einem Leinen-Schurz. Und Leinen ist in der Bibel ein Bild für Gerechtigkeit und Gnade. Okay? Für Gerechtigkeit und Gnade. Und genau das sollten wir tun. Ihr solltet nicht nur ein Bad bekommen am Sonntagmorgen. Ein Bad mit dem Aroma der Gnade. Und nachher mit Wolle abgetrocknet werden. Das sollte nicht geschehen. Man sollte nicht predigen, Jesus ist da, Jesus ist der neue Bund. Aber, wenn du das Gebot nicht hältst und die Gebote nicht hältst, dann was nützt dir Jesus? Du hast es immer noch nicht gelernt. Das ist die Füsse gewaschen mit Christus und abgetrocknet mit Wolle. Oftmals hört man genau das. Man hört, Gott ist gut und Gott tut dies und das. Aber damit du die Segnungen erhältst, musst du noch. Und das ist Füsse gewaschen mit Wolle getrocknet. Aber Jesus hat nicht mit Wolle getrocknet. Jesus hat mit Leinen getrocknet. Mit anderen Worten, er hat so getrocknet, wie wir Prediger trocknen sollen. Er hat das Richtige genommen, um die Menschen zu trocknen. Denn es ist wegen dieser Gerechtigkeit, die du geschenkt bekommen hast, sagt er, ich will dich mächtig mehren und reichlich segnen. Wegen dieser Gerechtigkeit tut er das. Nicht, weil du die Gesetze gehalten hast. Amen. Also, wenn wir die Füsse schon waschen, dann lasst du uns mit Leinen trocknen. Halleluja. Mit dem richtigen Trocknen. Das geschieht oftmals so. Leute werden richtig auferbaut, richtig auferbaut, im Gottesdienst. Wow, Jesus ist so gut zu mir. Und am Schluss kommt noch dieser letzte Satz. Ich weiss, wovon ich rede, denn ich habe ihn selber oftmals gebracht. Aber das ist die wunderbare Gnade Gottes. Siehst du, zu wissen, dass er in unserer Schwachheit uns begegnet und für uns eintritt. Halleluja. Es trocknen mit Leinen. Amen. Es trocknen mit Leinen. Jesus muss die Menschen verändern. Er muss sie verändern. Wir müssen aufhören, versuchen, Leute zu verändern. Lass sie verändert sein durch den Herrn. Lass sie verändert sein durch den Herrn. Wir müssen aufhören, zu versuchen, die Menschen so zu verändern, wie wir sie haben wollen. Schon vor zehn Jahren hat das Keith Moore gesagt. Viele von euch wissen nicht, wer Keith Moore ist, war einer meiner Lehrer an der Bibelschule. Vor zehn Jahren hat er das schon gesagt. We don't change people. Let God change them. Amen. Schon vor zehn Jahren hat er es gesagt. Und heute? Wenn man es heute sagt, ah, diese Grace Prediger. Aber genau um das geht es. Let Jesus change you. Halleluja. Und das ist wunderbar. Das ist so gut, wenn Jesus uns verändert. Und ich sage dir eins, je mehr du dieses Wort der Gnade hörst, desto mehr wird Veränderung geschehen. Wir hören jetzt schon, wir hören jetzt schon, wirklich, wir bekommen ein Feedback nach dem anderen, wie Gott einfach seine Gunst über Menschen ausschüttet. Am Arbeitsplatz, im Geschäft, in der Firma. Einfach da kommt Gunst über Gunst und plötzlich kommt etwas Neues aus heiterem Himmel und Menschen finden sich in Situationen, von denen sie sich nicht geträumt haben. In kleinen Dingen. Der kleine Silas bekommt die Mikro-Bildli. Das ist übrigens Mikro-Nikob. Und... Scope! Wirklich? Ha! Ehrlich? Mikromania? Copa? Ah, jetzt kopieren sie es einfach. Ha! Unsere bekommen von Mikromania diese Dinge. Ha! Diese Dinge. Und siehst du, Dinge passieren und das ist das Wunderbare, wenn wir es beginnen zu sehen bei unseren Kindern. Das ist so wichtig, dass wir es dort beginnen zu sehen bei unseren Kindern. Gottes Gunst. Weil das wird dich überzeugen von Grace. Das wird dich überzeugen von Grace. Wenn du siehst, wie es bei deinen Kindern ansetzt. Halleluja! Nächster Vers. Hebräer 10, 16 und 17. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schliessen will. Nach diesen Tagen spricht der Herr. Ich will, ich will, siehst du, nicht wir, er. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Er sagt auch, an ihre Sünden und Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Das, was Gott tut. Unter dem neuen Bund versorgt er dich konstant. Unter dem neuen Bund verlangt er. Unter dem neuen Bund versorgt er. God supplies. Halleluja! Ich will, er wird es tun. Immer und immer wieder. Nächster Vers. Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Halleluja! Es ist einfach, wegen Gnade genügt. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Hier wieder etwas mehr, das er tut. Er sagt, ich will, ich will das niemals tun. Gott hat entschieden, dass er das tut. Das ist der neue Bund. Der neue Bund versorgt. It's a supply. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und jetzt zum Schluss musst du das sehen. Diese Stelle. Der ganze Gottesdienst heute Morgen zentriert auf diese Stelle. Römer 9, Vers 15. Schau dir das an. Römer 9, Vers 15. Denn zu Mose spricht er, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Wem ich gnädig bin, dem bleibt er. Es wird niemals mehr etwas anderes geben in deinem Leben. Never ever. Halleluja. Niemals mehr wird sich das ändern. Denn er sagt, Wem ich gnädig bin, dem bleibe ich gnädig. Es wird sich an dem nie mehr etwas ändern. An dem wird sich nie mehr etwas ändern. Never ever. Halleluja. Siehst du, das ist wie wenn er zu uns sagen würde, wenn du Grace gewählt hast, bleibe ich es ein Leben lang. Halleluja. Wenn du diesen Weg von Grace gewählt hast, wird sich nie mehr etwas ändern. Never ever. Wem ich es bin, dem bleibe ich es. Wem ich es geworden bin, dem bin ich es geworden. Halleluja. Siehst du, Mose hat diese Gnade erwählt. Weil hier, wenn wir weiterlesen, ist die Gegenüberstellung von Mose und Pharao. Und dieses Kapitel hier ist oftmals falsch verstanden. Ich habe am letzten Sonntagabend über dieses neunte Kapitel gepredigt, vom Römerbrief. Denn hier geht es um die Souveränität Gottes. Dieses Thema ist so missverstanden. Ah, Gott tut was er will. Er tut das, was er will. Nein, wir wählen, was er für uns sein soll. Wir wählen, was er für uns sein soll. Und wenn wir Grace gewählt haben, wenn wir Gnade gewählt haben, wird niemals mehr etwas anderes stattfinden. Aber Pharao hat Gott nicht erwählt. Er hat seine eigenen Wege weitergewählt. Und deswegen wurde sein Herz verstockt. Das Gegenteil von dieser Barmherzigkeit ist Verstockung. Verhärtung. Barmherzigkeit kommt eigentlich von warmherzig. Von gütig und warmherzig sein. Barm. Barm, was ist das für ein Wort? Eigentlich aus der Wärme heraus kommt dieses Wort. Wärme gegenüber Härte. Barmherzigkeit gegenüber Verhärtung. Mose wählte Barmherzigkeit und Gnade. Und das ist ihm widerfahren. Halleluja. Soweit es ging unter dem alten Bund. Barmherzigkeit. Pharao wählte nicht Gnade und Barmherzigkeit und er verhärtete. Menschen, die Grace nicht wählen, verhärten. Menschen werden in diesen letzten Tagen und in dieser Endzeit, wenn sie Grace nicht bewusst wählen, werden sie härter und härter und härter. Weil die Welt wird nicht besser. Die Welt wird nicht besser. Es wird nur noch schlimmer. Hier wird es besser. Amen. Im Haus Gottes, in der Gemeinde, im Leib Christi wird es besser. Nicht in der Welt. Deswegen sagte ich, deine Brüder und Schwestern, Geschwister sind das Kostbarste, was du hast. Halleluja. Geh mit Anstand, geh mit Respekt mit ihnen um. Mit Anstand und Respekt und in Ehrfurcht. Das ist wichtig. Halleluja. Anstand Respekt zu haben voneinander. Weil es gibt nicht andere Geschwister, sondern es gibt entweder die Welt oder Geschwister. Und in der Gemeinde treffen wir uns. Wir nennen es Brotherhood. Sisterhood. Sisterhood und Brotherhood ist so kostbar und darf nie aufs Spiel gesetzt werden wegen eigenen Meinungen und eigenen Vorstellungen, die man manchmal in die Gemeinde mit hineinbringen will. Die Geschwister sind wichtiger als deine Meinung. Brotherhood, Sisterhood ist wichtiger als deine klasse Bibelkenntnis. Amen. Brotherhood und Sisterhood ist wichtiger als mein pastorales Amt. Geschwister sind wichtiger als meine Stelle. Und deswegen ist es so kostbar und es muss behütet werden. Deswegen trockne ich dich nicht mit Wolle, weil du wichtiger bist. also wake up, wake me up until it's over. Meine Frau lacht. Halleluja. Wir haben nichts kostbares, das behüt wir und behalten wir es. Weil jeder hier dring jeder der Grace gewählt hat, Gott wird dir nie mehr etwas anderes geben. Halleluja. Lass uns das behüten. Amen. Lass uns das behüten, denn das macht uns demütig. Dem Demütigen wird sogar noch mehr Gnade geben. Zu wissen, wow, da ich diesen Weg mit Grace gewählt habe und er mir sagt, wenn ich gnädig bin, dem bleibe ich gnädig. Das macht mich und treibt mich in die Demut hinein. Und das wiederum bedeutet, ich erachte mich nicht höher als den anderen. Ich habe eine niedrigere Gesinnung von mir selbst. Deswegen respektiere ich und achte ich den anderen. trotz Meinungen und Bibelwissen etc. Ich respektiere und achte den anderen. Das ist Demut. Dem Dem Demütigen wird Gnade gegeben. Ist das nicht wunderbar? Gnade macht uns nie stolz und hochmütig. Gnade macht uns nie hey, wir haben es. Und wo stehen die? Gnade wird es nie Lass mich so sagen, wenn Gnade da ist, wird ein Prediger nie arrogant rüberkommen. Wenn Grace da ist, wird nie ein Touch von Arroganz auf die Versammlung gelegt, sondern immer ein Touch von Demut. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Nimm das mit in einer Woche. Vielleicht ist der Zeitpunkt, um einfach in dieser Situation, wo du bist, im Geschäft, in der Firma, zu Hause, in der Familie, wo immer es auch ist, im Studium, wo immer es auch ist, vielleicht ist der Zeitpunkt, um zu sagen, Gott, in diesen Punkten, da sehe ich Schwachheiten von mir und ich kann nichts ändern, aber du trittst jetzt für mich ein und ich begegne den Menschen jetzt in Demut, in einer anderen Haltung und ich sage dir, gewaltige Dinge werden passieren, gewaltige Dinge, Halleluja, grossartige und schöne Dinge werden passieren, wenn wir den Menschen so begegnen. Zusammengefasst, der neue Bund versorgt dich konstant und immer, jeden Tag mit einer neuen und frischen Welle der Gnade. Der alte Bund verlangt, der alte Bund verlangt von dir dies und das und richtiges, korrektes, christliches Leben und das, 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 das. Aber der neue Bund versorgt dich, damit wir ein Leben leben können, das ein Zeugnis ist. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Abonniere. Untertitelung des ZDF, 2020